Mit der Kulturpass-App finden Sie alle Kulturangebote für Kulturpass-BesitzerInnen in Ihrer Nähe. Dazu ist es wichtig, dass Sie den Zugriff auf Ihren Standort erlauben. Zu den Kulturangeboten geht es hier. Wohin soll es gehen? Hier können Sie nach einer speziellen Kultureinrichtung suchen, indem Sie den Namen eingeben. Sie klicken die gewählte Kultureinrichtung an und erhalten alle Infos dazu. Die Adresse, der Pfeil daneben, linkt auf Maps. Der rote Text zeigt Ihnen, wie der Kulturpass anzuwenden ist. Ein Link zur Website, den Öffnungszeiten, eine Telefonnummer und eine Mailadresse. Und eine kurze Beschreibung. Hier können Sie bei manchen Institutionen, wie zum Beispiel beim TAC, auch eine Anfrage nach Tickets per Mail oder Telefon machen. Es öffnet sich das Mailprogramm oder die Rufnummer. Rechts oben gibt es ein Herzchen, hier können Sie Ihre Lieblingsinstitutionen kennzeichnen. Mit dem roten Pfeil oben links kommen Sie zurück zur Karte. Durch Vergrößerung der Karte, durch Ziehen mit den Fingern, bekommen Sie alle Kulturorte mit roten Pins angezeigt, die Sie dann nach Belieben auswählen und anklicken können. Es gibt auch Sammelpins mit Zahlen. Durch das Anklicken der Zahlen, zum Beispiel 9, wird in die Karte gezoomt. Die Zahlen geben an, wie viele Orte sich dahinter verbergen. Bei kleinen Zahlen bekommen Sie beim Klick eine Liste zur Auswahl und können zur gewünschten Detailseite weitergehen beziehungsweise mit dem X die Liste schließen. Das Symbol oben rechts steht für Filtermöglichkeiten. Sie können die Kulturangebote nach Kategorien und oder Schlagworten filtern. Sie klicken sie an, die Texte werden dann rot. Zum Abschluss beziehungsweise zur Eingabe der gewählten Filter bitte immer auf Anwenden gehen zur Bestätigung. Zum Aufheben oder Ändern der Filter bitte die gewählten Funktionen wieder klicken, sie werden grau und auch wieder durch Anwenden bestätigen. Drücken Sie auf Liste unten in der Tab-Bar. Hier bekommen Sie eine Auflistung Ihrer Favoriten, der Kulturangebote ohne fixen Ort und gleich darunter alle Kultureinrichtungen in Ihrer Nähe. Auch hier können Sie wieder Filter setzen, beziehungsweise sollten Sie Filter gewählt haben, bekommen Sie eine gefilterte Liste angezeigt. Drücken Sie News unten in der Tab-Bar. Hier finden Sie aktuelle Infos aus ganz Österreich zu Kulturangeboten oder auch wichtige Infos aus dem sozialen Bereich. Eine Filtermöglichkeit nach Bundesland, zum Beispiel Burgenland, und Kategorie ist auch hier möglich. Sobald es neue Infos gibt, werden diese auch durch einen roten Punkt bei News in der Tab-Bar angezeigt. Kategorie Muss Vielen Dank.